nur eins hühnchen nummer zwei kann ich dich auch locken kommt ich bin verpiss dich das geil war die spinnen hinterher ich gehe wieder zurück und zack ist hier stehen wenn ich jetzt gar schon hören da krieg ich jetzt schon er sieht mich nicht habe eine mauer gezogen darf noch nicht über mich fliegen ja dann sind alle drei hündchen tot habe ich gar keinen bock drauf die nummer drei kommen kommt schon egal nur noch die letzten zwei ihr könnt auch mal ein scheiß mittlerweile ich habe noch kein eifern euch gehabt ein zwei hühnchen überleben ist es gut ja es hat es geklappt dann wenn man dann gleich zu hause angekommen sind hühnchen das ist entschieden oder liegt das immer irgendwie an dein headset dass ich mich hin oder an denn sonst das ist weil ich dich zu laut eingestellt habe warum ich bei portal noch so laut hatte der vogel schlecht mädchen wollen ich meinst das klappt eigentlich mit mit eurem projekt damit ist eine hardcore skyblock ich weiß ja nicht nein jetzt habe ich nur noch einen jetzt ist ein verdammtes wieso meinst du das jetzt kennst du doch ohne johnny ja ich frage ist ja wie lange das läuft meinst du ja das auch noch nein verpiss dich komm stellen wir müssen nach hause ich habe nur noch eins wir haben gestorben das eine ist schon vorher abgehauen weil es einfach behindert war und das andere ist einfach gerade einfach so an der seite runtergerutscht nein jetzt kommt noch vor mir schlecht 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 nein mach mir ja Kartoffel hühnchen komm hin verlass mich nicht Du bist mein einzigster Freund. Komm schon. Nein, Hühnchen, mach nicht solche Kacke, die du jetzt da machst. Komm, einfach sagen, mein bester Freund. Komm, Hühnchen, sterb. Sterb, Hühnchen, sterb. Doch. Sterb, sterb, sterb. Fick dich, Frame-Einbrüche. Hast du das jetzt schon wieder? Ist das schon wieder los? Ja. Jetzt hat es aufgehört, ich weiß nicht, warum. Hühnchen, komm, du musst mir jetzt voll den fetten Gefallen tun. Du musst jetzt einfach ins Portal reingehen, okay? Einfach fett sein. Das, was fett ist, gefallen. Hat bestimmt irgendwo ein Leck in der Lager gehabt. Du denkst, Chunk hat nicht geladen. Jetzt ist es auch noch dunkelig. Hätte ich auch gesagt. Nee, sonst habe ich es ja noch anderthalb Stunden bei ihm normal. Hm. Vielleicht hätte ich auch gerade was, was ihm nicht gepasst hat. Oh. Ist so teuer dafür. Bo, Hühnchen, komm schnell, hier sind nur noch Zombies. Hühnchen, mach keinen Unfug. Jetzt kommt der Unfug. Ich weiß nicht mal, warum ich nach solchen Hähn, warum ich eine Dia-Hau gemacht habe. Hühnchen, komm schnell. Oh, das hat so ein Werkzeug dazu gehört. Hühnchen, komm. Hühnchen, nein. Los, Hühnchen, steh ab. Nein, das... Barek, du Drecksvieh. Das Sterben ist nicht das Problem. Wenn ich das Hühnchen nicht getriggert kriege, dann kommen wir irgendwelche Zoppen. Los, Hühnchen, hau ab. Fleisch will ich nur vergewaltigen. Häh, das kommt voll in die geile Maschine rein. Fleisch will ich nur vergewaltigen, aufpassen. Ho, 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 ho. Voll in die Chicken-Arschbacken rein. Häh, 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 häh. Oh Mann, ey. Oh, halt das Kartoffelfeder noch mal größer gemacht. Können auch den Bugswitch machen, aber keine Lust. Mach doch. Hät doch gesagt, aber keine Lust. Mach doch. Na. Hühnchen, komm schnell. Geht doch. Komm, du Chicken-Wing. Chicken-Wing? Chicken-Bling. Hühnchen, jetzt komm. Kann sein, dass Minecraft irgendwie gleich abstützt oder so. Kann sein, bei dir ja. Also nicht. Ich kann mit der Hand gerade nichts abbauen. Ich kann gar nichts abbauen. Okay, muss man eben einfach so machen. Kommt auch gleich vor wie ein Zombie auf. Einfach neu gemacht für dich. Hühnchen, komm. Ach, komm aus mit der anderen oder wie? Hm. 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 Hähnchen, komm schnell. Schnell. Boah, hier habe ich zu viele Kühe drin. Schnell, dass man, wenn man Tiere, wenn man Pferde nicht schlachtet, dass man keine Lasagne rausbekommt oder sowas. Dass man Fleischpferde in einer Lasagne drauf machen kann, sowas, ne? Würde ich nie machen. Pferde-Lasagne ist in Minecraft. Jetzt neu. Bestimmt innen und lecker. Und das wird auch nie alt damit, ne? Ne, Pferde-Lasagne wird nie alt. Ne. Hält sich bestimmt noch länger im Kühlregal. Genau. Ja, ich weiß. Enderman. Du bist sehr gut. Sollen wir noch eine Runde tanzen? Du bist sehr gut. Enderman, oh Enderman. Mit dir will keiner tanzen. Na, aber da sind geportet die Tricks auch. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Komm und tanz mit mir in Runde. Ähm. Wie viel Schläger als ein Ausduchspinner? Spinner? Wenn ich nicht gehört habe. Schon dran. so fährt gearfinanz gehe rein fertig danke alles blödes glätt hier ich habe meine bote mit einem berlin so ein bisschen holz haben wir noch holz kann man immer gebrauchen so äpfel 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 was das denn mein kopf hat sie haben wir geschlossen oh nice ja ich habe nur den internet vor allem nicht gemacht und dann hat sie mein kopf geschlossen warum machst du das denn warum machst du das denn leute da bin ich ja sorry für die kotze hat extra gemacht ja extra extra weil ich den hier einfach irgendwo rein stecke 1 bogen die spitzhacke oder was ist das denn jetzt hier stärke drei und der hat keine halbbarkeit als glade hat halbbarkeit dann nehme ich einfach den stärke 1 bogen hier fertig stecke 2 raus und fertig das sagt man sofort wieder so ist das ja findest du ich habe schon wieder zum bisher hier und 1 lalalalalalalalalalalalalalalala was kann ich aufgenommen haben 45 auf 14 14 angefangen ok was die nahm wann wir angefangen haben nach weiter du weißt es ja jetzt habe ich noch nicht deswegen ist es dir immer egal ich stelle mir ja keine stoppen mehr oder so hat aber so bringt doch gar nichts jetzt muss ich mir noch was mit ich kriege schon wieder wäßt das kann man gleich für die hühnerfarben benutzen hatte ich irgendwas mal gesagt dass ich irgendwie slimes hatte ich gefunden ich glaube dafür war ich auch ganz schön lange auf der suche warum brauchst du jetzt mit slimes egal was mit vorhaben ich baue mir die bachs jetzt schon haben krisi ob noch hin ja nicht weiß ich nicht mich verarschen ich weiß nicht ob dein gedächtnis du brauchst zwei na ja brauche ich da ich hab noch zwei du affe du affe du auch sehr nicht viel dafür doch recht billig voll einfach zu voll einfach voll cheaten ist satt voll cheaten doch du willst nicht cheaten ach mir egal grad ist einfacher ne tausende knochen im inventar und weiß nicht was du mit anfangen soll es nicht klar war klar war weiß ich nicht kam ein bisschen zu schnell jahren hier so klar war sie vor mir soll der scheiß also der ist doch so pissig klein höh das ist doch nicht wahr hier bitte bitte ich bin echt brauche immer laba nervt doch nur auch so lava 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 du bist ich habe gesagt nicht gesagt steppt um ist hier steht es mich wieder nach hin und da ist das nächste skelette sind geil wenn wir dann schießen und mit einmal und mit rücken zu dir stehen und nicht treffen ja das hat was die schießen und drehen sich dann einfach dann sagen war ich nicht